So liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil das muss ich erstmal gucken, ob das vielleicht noch irgendwie nachfügbar ist. Wir haben das jetzt ganz auch mal auf rot gestellt, weil einige Abonnenten und auch Bekannte gesagt haben, auf rot hat man uns nicht so gut gesehen, liegt vielleicht an der Kamera, ist auch egal. Wir sind jetzt leider schon, ich glaube, in Kapitel 8. Problem ist leider gewesen, in 7 habe ich meisterhafte Taten vollbracht. Leider hat unsere Capture dann nicht aufgenommen und ist abgestürzt. Ich versuche es nach Ende des Spiels noch einmal zu spielen, also zumindest das eine Kapitel. Jetzt muss ich nochmal irgendwie auf die Steuerung klarkommen. Okay, das ist das, das war das. Das war, wollen wir das damit schießen? Das ist ducken. Versuchen wir mal. Irgendwas war doch so, wie konnte man denn nochmal schlagen? Ah. Das Problem an der Stelle waren diese verkackten Zombies, die hier überall rumrennen. Wie der Affe da. Ja, du hast mich gesehen, Affe. Irgendwie kommt man hier doch auch rennen. Nicht schießen! Ja, tut mir leid, Leute. Ich muss gerade mal so ein bisschen auf die Steuerung hier wieder klarkommen. So, jetzt können wir uns auch selbst wiedersehen. Aus dem Weg. Geh doch da hoch. Stirb doch! Dreckiger, verburter Pisser. Äh, scheiße, nichts zum Heilen. Das wird ja eventuell klappen können. Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Ich hab's ja jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Halloween ist ja auch schon ein paar Tage vorbei. Aber ich hab's halt leider nicht geschafft, weil zu viele Projekte auf einmal. Und dann noch die Arbeit, Weihnachtsgeschäft, etc. Ist eine blöde Ausrede, aber kann man halt nichts dran machen. Ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich nicht so aussehe. Da werde ich dir jetzt mal nicht widersprechen. Fick dich. Fick dich. Die sollen nicht so viele ihre Machtausdrücke benutzen. Nein, du sollst das nicht sagen. Von mir hat keiner gesprochen. Das ist mein Kollege. Ja, wir werden heute mal ab und zu zu dritt sein. Ja, sicher. Der Bastard hat mich auch direkt gesehen. Nein, keine Waffe mehr. Keine vernünftige Waffe mehr. Verdammt. Ich hab nur einen schwulen Revolver, ey. Und dann auch noch für die Gegner. Stirb doch. Stirb doch einfach. Ja, sicher. Und du jetzt auch noch. Wie hindert es sich? Scheiße, ey. Warum so aggressiv? Weil ich die nicht töten kann. Ja. Hallo? Ich wollte die Waffe wechseln und... Scheiße, wie geht das nochmal? Ausrüsten? Mit dem rechten Analog-Stick? Ja, Kamera und so lässt grüßen. Ah, ich bin mit angezündet. Drecksviecher. Ja, das könnte nützlich sein. Sack, gefixt. Der macht einen Krach wie ein Elefant hier, ey. Tür zu. Danke. Bitte. Er hat das bitte nur kurz vergessen. Wir werden übrigens gleich auch mal mit Facecam die Demo von P.T. zocken. Da wird sich mein Kollege auch mit mir zusetzen, weil er kennt sie doch nicht. Mal gucken, ob er ein gestandener Mann ist oder ob sogar er sich in die Hose kacken wird. Wir suchen so einen Stirb, 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 Stirb. Ist das nur, weil wir uns in die Hosen gepisst haben, dabei sind wir keine gestandenen Männer? Nein, er macht aber einen Aufwarten, Mann. Hast du Angst, dass man dich auslachen würde im Internet? Ja. Das könnte passieren. Aber besser dich als mich. Ja, sicher. Ist das schon wieder so ein Stricher, den ich irgendwie da mit einem Scharfschützengewehr abknallen muss oder was? Da kommt vorher nichts durch. Ich glaube, soll ich stecken. Wie ist es jetzt? Ducken, ducken. Nicht so nah dran. Ah, geh doch da hoch. Ja, genau. Lach nicht so nah ran. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Wie schwul und gelassen er einfach da reingeht, ne? Bei Outlast wärst du jetzt da rausgezogen. Bei Outlast wärst du jetzt da rausgezogen geworden und einfach penetriert worden von irgendeinem Vieh. Das stimmt wohl. Aber wie hätte er sonst jetzt da durchgehen sollen? Anders. Einfach anders. Was soll das da? Ein Tonbandgerät. Wow. Du bist ja ein toller Gast. Kommst hier hin, willst du saufen und bringst dich mal was mit. Flasche kriegst du da vorne, Gläser da vorne, Flasche Bier da vorne. Boah, laber mich nicht vor. Ich weiß eh nicht, was der mir da sagen will. Alter, sein Scheißgelaber interessiert mich kein bisschen. Ist hier nicht Waffen irgendwas, was ich verwerten kann? Gerade so viele Kugeln an diese Mistviecher verschwendet. Wir können doch einfach zweimal drehen und da drunter durchklettern. Oh oh. Komm, ist, ist, ist da irgendwas hinter mir? Nein, da ist wirklich was. Ih, was sind das für Viecher? Babys. Verpisst euch. Warum gibt es in das Einspiel eigentlich Horrorbabys? Bei Evil Within, ja, bei Zombie U. Nein, nur das, obwohl du im Kindergarten... Das sieht lustig aus, wie der dir wegtritt. Und das, obwohl du im Kindergarten irgendwie rumläufst. Wo kommen die denn her, Alter? Kommen die da aus dem Gulli oder was? Wer weiß. Vor allem, wie die da rumkrabbeln, sieht man voll abartig aus. Ist ja noch so eins. Komm her, du Miesten Stück. Vor allem, was für lustige Räusche machen. Also, jetzt wisst ihr auch, wie ein Baby klingt, wenn man auf es drauf tritt. Einfach... Nein, er muss es natürlich bis ganz nach oben aufmachen. Es darf kein Millimeter fehlen. Wasser. Ich hasse Wasser. Bei so einem BYU ging mir das auf den Sack. Da kam immer irgend so ein kleines Mistvieh hoch. Vor allem, weißt du ja überhaupt, wo er da hingeht? Weißt du, wie du überhaupt da unten gekommen bist? Also, ich jetzt nicht mehr so wirklich. Ich meine, es ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass wir das gezockt haben. Hey. Da gibt es eine ganz andere Möglichkeit. Schau dir mein Let's Play an. Hab ich noch nie gemacht. Fick dich. Ich bin anwesend, Mann. Hey. Oder springt. Einfach sinnlos. Nimm das, du scheiß Blach. Boah, ist das jetzt explodiert? Ich hoffe, du wirst niemals fahren. Alter, wenn ich Vater werde und da kommt sowas raus, dann will ich auch nicht Vater werden. Was ist mit dieser Ratte? Falsch. Schaut euch diese Ratte an. Was ist mit ihr? Es ist eine psychokinetische Ratte. Das ist eindeutig. Boah, sie ist weg. Jetzt klebt sie an dir. Sie ist verschwunden. Die Geisterratte von Seibel befinden, meine Leute. Ja, besser als der Zappler von Watch Dogs, ne? Eigentlich müssten wir das mal zusammenschneiden. Ja, eigentlich schon. Lauf nicht so schnell, sonst kann ich dich nicht treffen. Können wir jetzt so irgendein Special oder so machen. Son of a bitch, Alter. Ja, genau. Was laufe ich hier eigentlich? Alles zermanscht hier? Auch Babys. Oh, tatsächlich. Sind das wirklich Babys? Vielleicht sind es auch Waisenkinder. Auch Waisenkinder solltest du nicht zertreten. Warum nicht? Die vermisst doch keiner. Ich lasse die. Deine Mutter hätte dich damals einfach abgeben sollen. Oder dich. Meine Mutter hat mich lieb. Das stimmt allerdings. Mich nicht. Du glaubst jetzt sogar wirklich, was du sagst, war. Ja, wenn du die Vorlage dafür gibst. Oh, ein Fass. Was hab ich doch für ein Schweineglück hier. Manchmal. Ich glaub, hier ist nix. Hier kann ich das nicht wieder machen. Dass er so mega arsch langsam diese Treppen runterlaufen muss. Statt er springt, rennt etc. Nein. Türen. Mehr brauch ich nicht sagen. Ja. Ja. Ich hab keine Munition mehr. Das ist so scheiße. Irgendwie steht da wer. Er ist schon aufgespießt. Das würde mich nicht wundern, wenn er sich trotzdem blüht. Obwohl nein, er es nicht auflässt. So, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Die Frage ist, kommt da was rausgeschossen, wenn ich jetzt da durchlaufe? Ich kann mir die Tür angucken. Wahnsinn. Du kannst versuchen, rechts auf so ne Plattform. Ich mein, da war ne Plattform rechts unten. Oh oh. Zeig doch, da ist ne Plattform. Warum leuchtet die jetzt? Warum nicht? Blut-Relief-Platte, diese seltsame oder scheiß drauf. Kannst du da reinstecken. Die Seite, glaube ich. Obwohl nein. Die Seite, weil die nicht mit Blut bespritzt ist. Ja, du bist gar nicht mal so doof. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das könnte natürlich auch einfach sein können, weil die Platte so rum auf dem Boden lag, aber... Safepoint. Was ist das denn? Kreide schreit von Onyx. Ein, 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 eine Riesen-Fledermaus. Das ist jetzt unkürt. Er ist voll umfällig. Er darf Drogen nehmen und wir nicht. Über das ganze Let's Play, was ich jetzt vielleicht schon 30 Stunden ziehe, ne? Hatte ich noch nicht ansatzweise so viele Schockmomente wie bei Outlast in 5 Minuten. Hey, auf einmal ändert sich der ganze Ort. Das irritiert mich gar nicht. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann und mich zerstört. Ja, warst du doch schon mal, ne? Wen? Wer zum Treffen ist ja. Wer zum Treffen ist ja. Wer zum Treffen ist ja. Das tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn sie mich im Dunkeln lassen. Und sie werden meine Hilfe brauchen. Meine Frage ist jetzt, wozu? Fühlst du einfach noch? Drei Viertel Bier, ein Viertel Kohle. Du hast es nicht so drauf mit dem Bier einschütten, oder? Drei Viertel. Alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber... Ich denke, er will unseren Tod. Das würde ich euch auch sagen können. Motherbrick. Ich glaube, das ist nicht gesund für das Gehirn. Doktor? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Mira, Gott beschütze sie, hat drei harte Jahre hinter sich. Ein Baby groß zu ziehen ist ein Vollzeitjob. Und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir die Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemand mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber im Crimson City geht irgendwas vor, das gestoppt werden muss. Und Mira wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Heißt sie nicht mehr Mira als Mira? Was weiß ich. Ich erinnere dich daran, wie du bei Dingens vorgelesen hast. Bei? JoJo's Bizarre Adventure. Das war ja wohl Absicht. Genau. Eine Flasche. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Muss das sein? Lauf doch. So ein Riesenvieh und eine Tür reicht, um es aufzuhalten. Hm, das kommt mir doch bekannt vor. Du hörst jetzt aber auch gar nichts von dem Vieh, ne? Er kommt mir nicht. Der ist ganz schön schnell. Oh. Das war ein kurzes Kapitel. Das ist komplett Kapitel 8. Cool. Okay. Wenn du dich mal so an die anderen Kapitel erinnerst, ne? Das mit dem Hund und so. Vor allem, er steht vor mir. Ende. Tot. Er hätte jetzt einfach mal vorhin stehen müssen und er hätte sagen müssen, it's raining man. Hallelujah. Oder guck, der Psycho tanzt für sich allein. Tanzt auf einem Wein. Was ist das für eine rituelle Verbrennung hier? Was ist mit ihm? Ein Bett im Kornfeld. Ach nee, das ist ein Sonnenblumen. Hey, ist der mit dir verwandt? Sieht auch aus wie ein Risse. Oh, ich werde rituell verbrannt. Na dann. Das gehen ist hard in mir. Kommt, take off all your clothes. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Ja. Welchen Teil von... Die Gehirne sind vernetzt, hast du nicht verstanden. Also, du musst dringend mal flachgelegt werden. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Krieg ich hier irgendwas umsonst? Natürlich nicht. Soll man auch in so einem Haus vernünftig schlafen? Lass mich los! Lass mich los! Die fassalte Schlampe. Wow. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Einfach in den Kopf schießen. Geht das? Wollt ihr in den Arsch? Shake your ass! What you said? Shake your ass! Sieht ja nicht gut aus. Das ist das gerade du. Habe ich einen Schlüssel gefunden vielleicht im letzten Kapitel? Weißt du noch? Ich wusste nicht. Nein. Verdammt! Habe ich vielleicht wieder genug Glibber gesammelt? Wahrscheinlich nicht. Hat die Tür nicht mehr offen? Keine Ahnung. Die Tür hat doch immer hier hingeführt, oder nicht? Das ist wohl möglich. Erinnerungen können ungewiss sein. Hm. Erinnerungen können leicht von anderen verdrängt werden. Erinnert dich das an was? Nö, gar nicht. Geht ein bisschen schwerer auf als beim letzten Mal, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Fitness. Äh, kann ich immer noch nicht aufhören. Nack am Schaden. Spritzenwirkung. Upgrade erfolgreich. Keine Einstiche. Nichts. Woll mal Schnitte. Was geht mit dir hier, ey? Wie muss ich denn jetzt wieder raus? Wir machen jetzt am besten ein Viertel Bier und drei Viertel Cola. Ist vielleicht besser. Was ist mit dir kaputt? Hä? Was soll ich denn jetzt hier machen? Speichern kann ich nicht. Spiegel ist besetzt. Vielleicht muss ich da irgendwo mit den Kakerlacken machen? Wollte ich gerade sagen. Muss ich vielleicht weiter angucken. Alter, war da der denn so ein Blick? Hast du jetzt echt gedacht, du kannst mich damit erschrecken? Das war ja wohl so vorauszusehen. Immerhin mal so ein bisschen schocken. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Zu erwarten, aber ein bisschen Schock wenigstens. Was sind wir noch an? Was ist denn? Boah, kannst du nicht die Tür noch langsamer öffnen, ey? Nein, nein, ich mag nur die roten. Aber habe ich gesagt, wie viele Kapitel ist das Spiel? Ich glaube, zwölf oder fünfzehn. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, hätten wir das jetzt in einer halben Stunde durch. Ich weiß nicht, irgendwie haut mich das Spiel auch nicht vom Hocker, muss ich echt mal sagen. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Als Horrorspiel finde ich es jetzt nicht so angekommen. Ich war ja zwar noch nie, aber... Aber an sich jetzt in Ordnung. Warst du auch nicht schon mal? Wie sind die hergekommen? Wenn wir das bloß wüssten. Hä? Stehst du in der Mauer? Ich stehe in dem Busch. Achso, das ist eine Hecke. Trotzdem seltsam. Oh ja. Ich sehe mich einfach mal ein bisschen umweilt. Vielleicht ist ja irgendwo was versteckt, was ich gebrauchen kann. Da unten rechts stand zum Beispiel so eine Dose Grütze. Hä? Da links? Links jetzt von dir? Was steht da? Ach, da. Hast du gesehen, ne? Wolltest du erst mal nach drei anderem gucken, ne? Jetzt wo das ist, ja. Du wirst fester gerochen, ne? Zu denen wolltest du erst mal. Mhm. Ich wollte russischen Whisky finden, habe ich aber nicht gefunden. Also, liebe Kinder, wenn euch jemand russischen Whisky anbietet, niemals nehmen. Es könnte sein, dass ihr daran erblindet. Macht der jetzt durchgehend russische Witze? Nee, gestern hat mir das einer angeboten. Ja. Hm? Das darf ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht erwähnen. Aber es wurde halt getan. Boah, ist hier denn gar nix? Toll, eine Kugel. Wahnsinn. Jack Sparrow hat schon mal ein bisschen was mit einer Kugel anstellen können, ne? Könnte ich nicht irgendwie... Was soll ich jetzt machen? Nachladen. Ist doch vollgeladen. Ja? Ja. Drei Kugeln? Drei Kugeln, mehr hast du eh nicht. Da stand doch gerade 20, oder nicht? 20? Ach, nee, maximal. Maximal. Aber die kann ich nachladen. Jedenfalls brauche ich wieder welche und hab da nix. Sind die jetzt schon gekommen. Dann steht der da wieder. Ich hasse das ey, jedes Mal. Ich muss jemanden erschießen, ich muss jemanden erschießen. Oh, schade, muss nachladen, tot. Immerhin probiert er es. Hey! Halt, verdammt! Das ist mal ne Tür. Spritze. Krütze. Und nun? Kommt man da ran. Ah. Ich fies auf die Vase. Oder so. Ich verschwinde keine Kugel, Alter. Ich krieg hier nicht so viele. Das wär kein Spiel für mich. Toll. Hier ist nichts. Wenn da kommt gleich irgendwie ein Zombie aus dem Ding ins runter oder so. Nein, so innovativ sind die nicht. Was ist das für ein Scheißraum? Hier ist ja gar nix. Nicht da ein Feuerwehrschlauch auf dem Boden. Cool. Cool. Na, ist ein Gasrohr. Trotzdem cool. Die muss ja natürlich auftreten. Scheiße. Leere Flasche. Bombe. Bombe. Das Behinderte ist, dass er immer so ein Stück nach vorne geht dabei und trotzdem dann noch getroffen wird. Oh, was denn jetzt? Da stehen auch so. Das ist wo? Was? Oh. Schon gut. Der Psycho. Ähm, da ist. Ja. Ja, ich wollte an dem vorbeigehen, aber da stand ja was im Weg. Dieses unüberwindbare Ding auf dem Boden, was wahrscheinlich 20 Zentimeter hoch war. Eintrig. Vor allem, ich hab nicht gesehen, dass der Psycho auf einmal da war. Psycho. Creepy. Ist ja jetzt nicht so, als hätte er nicht geklingelt, ne? Ja, woher soll ich wissen, dass er aus der Ecke kommt? Toll. Jetzt kann ich nochmal hier durchgehen und den Scheiß einsammeln wahrscheinlich. Das musst du nicht immer wieder fragen, du Pillemann, du. Wetten wir, dass selbst der mehr Items tragen kann, als der Pokémon-Trainer in Pokémon? Gelb. Da muss ich dir auch ein bisschen was machen. Natürlich liegt hier nur wieder ein behindertes Tagebuch rum. Ausschnitt der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City. 11. 11. Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer im Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Ridge Crimson City. Der 5-jährige Lili Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores gelang es nicht dem Rauch der Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreitet. Denn Lili's Eltern, beide Detektive beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brands wird noch untersucht, aber Erste Hinweise deuten auf elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8. Brand. Lateinamerikanische Babysitterin Juanita. Die hätten sich ja mal ein bisschen Innovation mit reinholen können. Was wäre für dich denn besser gewesen? Russische oder was? Polnische? Afrikanische? Eine deutsche Austauschschülerin, die in Amerika studiert. Das wäre zum Beispiel innovativ. Ein bisschen Hintergeschichte noch, ne? Das ist auch so eine Hintergeschichte. Ich hätte nichts ausgelacht, weil es so nicht getroffen. Denk dran, jetzt nicht in die Ecke laufen, wo der Tisch dir den Weg... Was war das denn jetzt? Ich wusste doch nicht, dass das... Ey, der Bogen flog doch dahin. Geht so, ne? Also, die ging jetzt schon... Der Bogen ging jetzt schon auf Boden. Nein, der Bogen ging am Ende dahin. Hä? Worum kam der jetzt nicht? Komm, komm, komm. Was haben wir hier? Das frage ich mich auch. Scheiße, was soll ich machen? Fuck. Fuck. Wohin? Nein, hau ab! Was soll ich denn hier machen? Du Wichser. Ich bin ihm dadurch, dass du ihm sein Hirn führst. Vielleicht ist das sein Hirn. Ich habe auf das Hirn geschossen. Es ist nichts passiert. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist er kurz zusammengezuckt. Ja, was soll ich denn machen? So lange drauf schießen, bis er... Mh, mh, macht oder was? Zum Beispiel. Mh, ich bin jetzt behindert. Ich habe wenigstens Ideen gebracht. Ich habe auf das Hirn geschossen. Dann hätte ich auf das Hirn einprügeln sollen. Und nun? Ja, das weiß ich auch nicht, du Spinner. Wieso? Du holst immer erst die Grütze, dann die Spritze. Keine Ahnung. Ich gehe mal die Treppe nach oben. Kerze. Ich höre was Schleimiges. Da, links. Ne, das ist man will. Das Haus hat plötzlich der Grütze. Na, die sind's. Das waren die. Der brechst dich noch mit an. Nicht dein Weihnachtsgeschenk? Warum zischen die so? Deine Einmal-Axt. Ich frage mich immer wieder, wie der das vom Boden abfüllt. Oh, 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 oh. Ich versuche wegzurennen und er bleibt irgendwo an der Kante hängen. Mann, ey. Immer das Gleiche mit diesem Spiel. Ich frage mich, was das für eine Axt ist, dass die nach einmal zuschlagen, kaputt geht. Ich frage mich, was die für Köpfe haben, dass die Axt danach kaputt geht. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Fallen hasse? Scheiße. Was soll das denn jetzt? Auf das Seil. Ja. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, das könnte wehtun. Das ist eindeutig ein... Wahrscheinlich muss ich da oben drauf schießen, nicht auf das Seil. Entschuldigung, dass das meine erste Idee war. Wofür hab ich dich eigentlich? Soll ich gehen? Nein, irgendeiner muss die Kamera bedienen. Wir sind hier zu dritt. Der kann das nicht. Ich glaube nicht, dass er zu dumm ist, einen Knopf zu drücken. Der hat was in der Hand, Mann. Siehst du das nicht? Oh, die Spritze ist weg. Muss der das immer fragen. Nein, nein. Ich sehe vielleicht irgendwo so eine Figur wieder. Ist mir mal so gerade eingefallen. Wäre nicht ausgeschlossen, dass die irgendwo mal einfach draufsteht oder so? Ne, das wäre sogar ein relativ cooles Versteck. So, statt einer Kerze jetzt auf dem Kornleuchter diese Figuren. Ich kann es auch nicht sehen, beziehungsweise der Kontrast ist nicht gut genug dafür. Gehen wir mal in die Fernsehfernbehebung. Ist doch, glaube ich, auf Benutzer geschaltet, oder? Ich glaube, ja. Ne. Deswegen sehe ich hier auch nichts. Ja, wir haben die ganze Zeit mal eben auf Kino-Modus gespielt. Was natürlich dann deutlich schwerer ist. Ne, okay. Weil der Fernseher dadurch deutlich dunkler war. Was natürlich jetzt. Huh, huh, huh. So eine Riesenpackung für zwei Kugeln. Was? Wo? Was? Was? Nein! Wo kommt der denn schon wieder her? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nimm das! Oh ja, ganz bestimmt. Geh die Leiter vielleicht hoch. Das wäre jetzt das Einzige, was mir anfangen würde. Nein, ich glaube da lang. Mal gucken, was passiert. Mal sehen, wie geht sich hier alles wieder? Oder auch nicht? Wow! Du Stricher! Scheiße! Wo ist er jetzt? Ach ja. Der guckt oben zu. Würde ich auch machen. Jetzt ist alles wieder normal. Er muss natürlich ganz langsam die Tür aufmachen. Weil das andere wird ihn ganz schnell überfordern. Aber ich höre ihn noch. Ich höre das komische hier noch. Wie er so hört auf. Ich kann mich unter dem Bett verstecken, aber da ist eine komische Figur wieder. Schlüssel. Spritze. Man kann jetzt voll viel sehen. Ich wüsste mal gerne, ob jetzt vielleicht ein Gegner kommt oder so. Was ist denn, wenn ich hier wieder rausgehe? Kommt der dann wieder? Guck mal, ganz im Ernst, da muss man erst mal drauf kommen, ne? Ja das, äh, der Typ da, hm, Klo, Geräusche, er erinnert mich an irgendwas, ne? Boah, durch den Schlitz kann man fast gar nichts sehen hier, schade ich kann nicht abziehen. Wo ist der Typ vom Badezimmer, alter? Da ist noch ne Tür, seh ich grad. Da ist ne Bombe. Ich glaub da hast du auch Dinge zu liegen lassen, ne? Ja, die Kiste. Mhm. Vielleicht kommt der einfach random über im paar Sekundentakt oder so. Ne, glaub ich nicht, glaub der kommt immer an bestimmten Orten. Jetzt kam er ja auch und jetzt ist er wieder weg. Ja gut, aber das halt vielleicht, weil du durch nen bestimmten Raum gegangen bist. Hier kann man ja das letzte Mal. Da war was. Scheiße. Vielleicht musst du einfach nur... Wenn der jetzt hier kommt wär's echt scheiße. Oh ja. Guck mal wie der sich besudelt hat, aber zack ist es weg. Er hat blutabweisende Kleidung, die hätt ich auch gerne. Schmutzt du dich so oft mit Blut? Ja. Da hinten liegt nur ne Spritze, oder? Geh nochmal hoch. Da hinten stehen welche. Ja, ich seh sie, aber... Geh nochmal hoch. Eine ganze Menge sogar. Oh ja. So oder so bist du oben besser aufgehoben. Aber... Ist da nicht nur ne Spritze? Ne, das sind Bücher. Okay, sorry. Aber trotzdem bist du da oben besser. Du musst von da oben schießen. Und erstmal überblicken. Es sind zwei, drei... Ich bin gar nicht da. Das musst du denen natürlich auch sagen. Toll. Tolles Bild. Halbes Bild. Ups. Aua. Kommt doch her, ihr Fickers, ey. Warum zischen die immer so? I will kill you. Toll. Das hat ja viel gebracht. Ah, scheiße. Der hat die Axt gar nicht mehr. Halt doch mal still, du... Mistgeburt. Zünd ihn an, zünd ihn an, zünd ihn an. Zünd ihn an. Zünd ihn an. Warum zündest du ihn nicht an? Dumme Schrampfen, ey. Und sterben willst du natürlich auch nicht. Ich glaub, da kommt doch der dritte jetzt wahrscheinlich, oder? Der hat natürlich ne Sichel, der Bastard. Munition, alle? Hehehe. Ich sag dazu nichts. War das jetzt nötig, so gewaltvoll zu agieren? Kleiner mieser Wichser. Du sollst runter gehen, nicht hoch. Anstatt die dummen Flaschen könnten die mir einfach mal Munition geben. Oder mich zumindest mit dem Scheiß Munition kaufen lassen. Ne, bringt die Tür rein. Wo ist die Tasche oder soll ich? Notiz aus Rubiks Zimmer. Ich habe sie wieder gesehen, am Ende des Flurs. Ihr langer schwarzes Haar, schön wie immer. Glänzend im Mondstein. Die Augen bla bla bla. Mary Shaw? Hatte die schwarze Haar? Ich glaube nicht, dass sie so aussah. Und vor allen Dingen wird er die nicht als schön bezeichnen. Da kann sie von ausgehen. Ist das ein? Ah, Streichhölzer. Praktisch. Hier ist bestimmt die Bombe hinter, deswegen gehe ich da nicht raus. Oh nein, du Missy, Alter. Nein, bleib doch nicht da hängen. Der kommt jetzt hier einfach. Taucht da einfach so auf? Nein, was ist das denn? Ja, wobei unter das Bett geht auch nicht drin. Oh du Zigeuner. Ernsthaft? Echt jetzt? Und das Bett verstecken bringt was vor dem bösen schwarzen Mann? Vor allem dieses Feuer war an, während der gerade da war, ne? Ja, damit du nicht flüchten kannst wahrscheinlich. Aber unterm Bett klettern, das bringt es natürlich. Dann weiß ich Bescheid, was ich heute Abend zur Not machen soll, ne? Ach scheiße, ich passe nicht mehr unter das Bett. Was haben wir hier? Was hier? Ach, jetzt kann er sich's genau angucken. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Der hat zwei Sonderrein. Hä? Der hat zwei Sonderrein. Oder wo? Wahrscheinlich... Nein! Nein! Bitte nicht! Nein! 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 Probant fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefährd ist viel zu schwach und die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Der hat Schaden genommen. Ich weiß. Aufnahme erneut abschwingen. Probant Nummer 12. Test 71b. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala auf Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angst. A2? Wo sehe ich denn A2 hier? Gibt's hier irgendein Schaubild? Das bringt mir nichts. Ich brauche das Schaubild. Wo ist denn hier A2? Wo soll ich das wissen? Da oben? Kannst du da irgendwie ranzoomen oder so? Das ist aber auch kein Gehirnabbild. Abgebildet. Vielleicht. Schuhe und Hals. Wärme. Nicht so wirklich, ne? Ich sehe jetzt auch nichts. Das ist bestimmt in irgendeinem Raum. Wahrscheinlich. Warte, da war irgendwas, war da eine Flasche nur oder? Nein, ich kann dir ein Dingens angucken. Nein, da hinten ist ein Dingens. Explosionsbolzen. Achso. Ich dachte, das wäre irgendwie Deko. Jetzt weiß ich auch, wofür die Schränke hier alles gut ist. Damit du dich vor dem Pillemander verstecken kannst. Wahrscheinlich, ja. Was ich ein bisschen dumm finde. Ich hätte es wenigstens noch verstanden, wenn du dich verstecken musst in dem Moment, wo er dich noch nicht sieht. Aber er ist ja schon im Raum gewesen. Genau. Er konnte dich angucken. Oh mein Gott, ich kann mich nicht bücken, weil ich zu cool bin. mit meinem Mantel. Scheiße, was mach ich jetzt? Öffne die Tür noch ein bisschen langsamer und weiß ich nicht, ey. Oh, da ist ein Gang. Da sind die Beine. Ich noch. Hm, knusprig. War ich hier schon? Ich glaub nicht. Nee. Du musst den erstmal anzünden. Das ist ja komische Geräusche. Von daher kannst du dich vielleicht darauf einstellen, dass gleich wieder dein Besten kommt. Wir gucken hier so. Wow. Und geht da. Mit Angst. Warum bleibt der jetzt hier hängen? Missgeburt. Ich lege auf den Oberkörper. Ich öffne die Tür. Trifft ihn trotzdem. Auch wenn er liegt. Und dort oben ein Kopf. Ach so, nur von einem Bison. Du hast nicht mehr an die Bombe gedacht, oder? Doch. Das war die Tür, die verschlossen war. Weiß. Wird es jetzt nochmal nach unten gehen? Okay. Ich hab jetzt ein Zahnrad, ne? Aber wozu ist das Gehirn da? Es muss doch hier irgendwann eine Lösung dafür geben. Mit dem Zahnrad kommst du eh nicht weit. Du wirst das... Wahrscheinlich wird noch eins dazu kommen. Da stand ja nur eins. Das war bestimmt eins von drei oder vier oder so. Aber du könntest es schon mal einsetzen. Was hab ich davon? Da ist noch eine Tür. Kam ich daher? Ja? Nein. Oder? Doch. Da warst du ja auch schon überall. Du kannst noch unten links gehen. Da warst du ja auch schon, ne? Genau das war... Aber da ist so eine Sache noch nicht nachgeguckt. Wenn du jetzt rechts gehst, hinter dem... Hinter der Blende oder was das da ist. Blende? Nein. Oder? War das der Raum? Ich weiß gar nicht genau. Oh oh. Oder was hier? Natürlich wenn er da rauskommt, passiert nichts. Da war ich ja auch schon. Du warst nur unten noch nicht. In diesem Raum links. Vor der... äh... großen Tür. Der war zu, glaub ich. Mhm. Da bist du als erstes kapiert. Ach ja stimmt. Da unten war ich noch nicht... noch nicht wieder. Sieht voll schön aus. Irgendwo muss doch da ein Hinweis sein, wo das ist. Vielleicht hören wir uns noch mal das Ding noch an. Ja. Und dann komplett. Probant Nummer 12. Test 71b. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. 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 Bitte mich. Nein. 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 Doch dieses Gefährss ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Okay, du kannst... Aaaaah! A2. Angstzentrum. Also hier. So ungefähr ja. Hm. Darf ich mal jetzt mal kommen, ey. Was hab ich denn jetzt angeleiert? Oh, ein Gehirn füllen wir einfach mal irgendwelche Experimente durch. So und was hat mir das jetzt gebracht? Das sehen wir später. Das wüsste ich jetzt auch gerne mal was er da angeleiert hat. Ja, das kann ich nur noch nach unten gehen. Ich hab auch keine Munition mehr. Okay. Oh Vater, wenn du wüsstest, wir füllen ein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperst. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du... Das hast du, nicht wahr? Ja. Nun, du bist mir nur aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe ihr seid stolz auf euch. Toll. Und jetzt? Vielleicht der first wird von Raum zu Raum immer mal überlegen. Wow. Oh. Das war uns im Speck momentan. Unters Bett, unter Bett, unter Bett. Ich glaub diesmal bringt's nichts. Diesmal nicht. Guck ihn an, ich will sehen was er macht. Er brauchst dich nicht bücken. Dann muss ich einfach nur lange genug vor dem Weg laufen offenbar. Mag wohl sein, ja. Oh, und so kommt er einfach direkt vor mir, ey. Striche. Sollen wir die Kamera währenddessen ausmachen? Na prima. Was hab ich denn jetzt angeleiert? Ich würde sagen, späten, ne? Oh, was du nicht lassen kannst. Dann musst du auch stehen und die Kamera ausmachen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Wir haben ja jetzt schon wieder eine ganze Stunde gezockt. Ja, bis...